Die Schlacht am Lacus Benacus wurde im November des Jahres 268 an den Ufern des Gardasees in Norditalien zwischen Allermannen und Römern unter Kaiser Claudius Gotikus ausgetragen. Im Laufe des Jahres 268 durchbrach ein allermannisches Heer von etwa 100.000 Kriegern die Grenze auf dem Brenner und drang tief in römisches Gebiet ein. Das römische Heer war aufgrund innerer Unruhen geschwächt und durch eine Invasion der Goten in der Schlacht bei Nessus anderweitig gebunden. Ungehindert konnten die Allermannen große Teile Norditaliens besetzen. Claudius Gotikus versuchte durch Verhandlungen die Allermannen zum Abzug zu bewegen. Als dies scheiterte entschloss er sich zum Kampf an den Ufern des Gardasees. Der Kaiser errang mit seinen 35.000 Soldaten einen triumphalen Sieg und konnte mehr als die Hälfte der gegnerischen Allermannen töten oder gefangen, nehmen. Die entkommenen Allermannen flüchteten zurück über die Alpen. Die Zahlen der Krieger wurden vermutlich von den römischen Geschichtsschreibern stark übertrieben, um den römischen Sieg glanzvoller erscheinen zu lassen.